Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit den Vincent Keimer Festspielen, so möchte ich es beinahe nennen. Ja, in letzter Zeit habe ich sehr viele Partien von unserem deutschen Nachwuchstal gezeigt und heute setze ich noch mal einen drauf, aber am Ende des Videos werde ich euch sagen, in nächster Zeit werden wieder andere Themen kommen. Tepel Siegemann, Chess-Turnier in Malmö, erste Runde hat Vincent leider verloren, haben wir uns gestern angeschaut, gegen Jordan van Forrest, heute mit Weiß gegen Jonas Buhl-Biere. Seinen dänischen Kunden, möchte ich beinahe mal sagen, denn er hat ihn dieses Jahr oder die letzten zwei Jahre schon dreimal geschlagen bei der Julius-Beer-Challenge, dreimal. Gleicher Jahrgang, aber Vincent ist dem so ein bisschen voraus und wir wollen uns mal anschauen, ob er mit Weiß in der klassischen Partie wieder siegreich bleiben konnte. Vorab noch mal der Hinweis, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, ich veröffentliche ab Oktober regelmäßig ein Newsletter, kostenlos natürlich, wo ich über mein eigenes Schaffen und über die wichtigsten Ereignisse in der Schachwelt berichte. Tragt euch einen Link, findet ihr in der Videobeschreibung. So, Vincent spielt hier in dieser Partie Springer F3. Erstens Springer F3, C5. C5 übrigens ist eine Einladung zu Sizilianisch. Wenn Weiß jetzt hier E4 macht, dann haben wir plötzlich Sizilianisch über eine ungewöhnliche Zugfolge. Aber, soweit ich weiß, ist Vincent überhaupt kein E4-Spieler. Er spielt eigentlich mal D4, Springer F3, C4, solche Geschichten. Hier C4. Das ist die englische Partie hier. Springer C6, Springer C3, Springer F6 und zwar, ich glaube, das ist das englische Vier-Springer-Spiel. Ich meine schon. Oder die englische Symmetrie-Variante. Man sieht auch, warum. G3. Hier gibt es viele Möglichkeiten für Weiß. E3, G3, D4, alles sehr logische Züge. G3 hier. D5, D4. Ich wollte schon C-D5 sagen. Automatisch, reflexartig. Nein, D4. C-D4, Springer D4, D-C4. Das ist eine Variante, die sehr häufig gespielt wurde. Jetzt geht man hier schon ins Endspiel sehr früh. Springer C6, Dame D1, Springer D1, B-C6. Und das ist jetzt eine Stellung, wo ich mich frage, warum Vincent von der Theorie abwich. Hier spielt alle Welt Läufer G2. Bekommt in der Regel sehr schnell seinen Bauern wieder. Und häufig läuft das auch so ein minimal besseres Endspiel für Weiß hinaus. Und hauch besser. Er spielt aber hier nach gut sechs Minuten Läufer D2. Weicht damit von der gängigen Theorie ab. Bereitet Turm C1 vor. Der Gegner war aber ziemlich gut vorbereitet, denn er dachte gar nicht lange nach und spielte Turm B8 hier. Und jetzt nach 17 Minuten spielte Keimer Turm C1, greift den Bauern C4 an. Das ist natürlich schon so ein bisschen, wenn man in der Eröffnung schon so lange nachdenkt mit Weiß, dann ist entweder A etwas schiefgelaufen oder B man ändert seine Pläne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das hier nicht kannte. Er war vielleicht auch überrascht von der Eröffnungswahl seines Gegners. Ich weiß es nicht. Es gab hier zwei Vorgängerpartien, zwei hochklassige Vorgängerpartien, zum Beispiel zwischen Sam Shankland und Nial Sarin. Hier spielten beide Läufer E6, die in den Vorgängerpartien deckten den Bauern. Bull Biere sehr schnell spielt hier, oder Biere, Jonas Bull ist ja sein Vorname, Biere. Springer E4, greift den Läufer an. Und hier dachte Vincent 19 Minuten nach und nahm nicht den Bauern auf C4, sondern spielte Läufer E3. Er wollte das Läuferpaar behalten. Aber das zeigt natürlich auch schon, dass er hier in der Eröffnung auf neuem Terrain ist. Hier dachte auch der junge Däne das erste Mal sehr lange nach und spielte E5. Stärkster Zug. Läufer G2, greift den Springer an. Läufer B4, Schach. König F1. Die weiße Stellung, finde ich, harmoniert gerade nicht so gut. Klar, der Turm auf H1 spielt nicht mit. Der Springer auf D1 steht schlecht, der König auf F1 steht schlecht. Aber trotzdem, es ist noch nichts passiert. Es ging hier weiter mit F5. Das gefällt der Engine zum Beispiel nicht so sehr. Und aus irgendeinem Grund hier wollte Vincent den Bauern auf C4 nicht. Ganz komisch. Man kann hier A3 spielen, Läufer A5 und jetzt nehmen auf C4. Turm schlägt C4. Springer D2, Läufer D2, Läufer D2 und dann Turm C2, Läufer A5 und dann Läufer schlägt C6. Hier gewinnt Weiß sogar einen Bauern in der Variante. Klar, Schwarz hat das Läuferpaar. Aber ich verstehe nicht ganz, warum Vincent das hier nicht gespielt hat. Vermutlich wollte er zu viel. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil klar, der Gegner hat das Läuferpaar, hat so minimale Kompensation für den Bauern, aber das, was er in der Partie spielte, ist deutlich schlechter. Er spielte F3, greift den Springer an, aber nach Springer D6 ist plötzlich der Bauer C4 gedeckt und Schwarz hat erstmal einen Bauern mehr. Okay, er bekommt einen Bauern wieder. A3, Läufer A5, Läufer schlägt A7, aber nach Turm B3 steht Schwarz super aktiv in der Stellung. Er hat sehr, sehr aktive Figuren. Diese drei Figuren sind super aktiv und das große Problem ist dieses Knäuel hier bei Weiß. Er kriegt die Figuren nicht vernünftig ins Spiel. Gut, der Sprenger D1 ist auch nicht besonders gut. Also hier hat sich unser deutscher Nachwuchs da komplett verschätzt. Es ging weiter mit F4, auch nicht gut, denn nach E4 bleibt der Läufer hier komplett ausgeschlossen und damit auch der Turm. Und diese Bauernkette hier ist super nervig für Weiß. Jetzt muss Weiß kämpfen. König F2, Läufer E6, Springer E3, Turm schlägt B2. Er opfert hier sogar einen Bauern, um seine Figuren ein bisschen zu befreien. Läufer D4, Turm B3. Läufer schlägt G7 geht jetzt leider nicht wegen Läufer B6 und wir sehen riesen Dilemma. Der E3 hängt und wenn der fällt, fällt auch der Turm auf C1 und der Weiße König muss auf die Grundreihe. Hier gewinnt Schwarz im Prinzip Material. Nach Turm B3 kam Turm Hd1. Immerhin bringt er seinen Turm mitspielt. Kurze Ruchade und laut Stockfisch ist diese Stellung hier sogar gewonnen für Schwarz. Machen wir mal weiter. A4. Ja, der Bauer hing auch. A4. Turm D8, Läufer C5 greift den Springer an. Springer B7 geht zurück. Turm D8 springt, Läufer D8, Läufer D4. Hier gab es ein strategisches Verfahren für Schwarz, um diesen Läufer hier weiterhin aus dem Spiel zu nehmen und zwar G6 und mit der Idee H5, damit dieses G4 hier nicht geht. Das ist das, was hier die Engine sagt. Mit riesigem Vorteil für Schwarz. Problem ist hier, G4 geht glaube ich nicht wegen Läufer H4 Schach. So und dann C5. Ah ne, da geht noch Läufer C3. Also so klar ist das nicht. So trivial wäre das nicht. Aber G6 mit der Idee H5 war hier sehr stark. Stattdessen spielt Biere Springer A5. Läufer H3. Weiß versucht hier den Läufer zu befreien mit der Idee G4. Außerdem attackiert er den Bauern hier. Auf F5. G6. Jetzt G4. Weiß befreit seinen Läufer. Läufer H4 Schach. Das sieht gefährlich aus, ist aber gar nicht so gut. König F1 zurück. Und hier verliert Schwarz den Faden. Aus seiner vormals fantastischen Stellung resultiert jetzt plötzlich ein Endspiel, das total unklar ist. Er geht zurück mit dem Läufer nach F6. Lenkt den Läufer ab auf D4. Das ist aber nicht gut. Läufer schlicht F6. Turm schlicht E3. Der Läufer auf H3 hängt. Und es droht F schlicht G4. Aber Weiß kann sich befreien. G schlicht F5. Mit Gegenangriff. G schlicht F5. Turm C3. Starker Zug. Und damit rettet sich Weiß. Greift den starken schwarzen Turm an. Tauscht ihn ab. Schwarz hat keine Wahl. Er muss ihn tauschen. Turm C3. Läufer C3. Mit Angriff auf den Springer. Springer B3. Ja und jetzt hat Weiß das Läuferpaar. Und ein Freibauern auf der A-Linie. Und schwarz hat hier einen Doppelbauern. Der ist natürlich nicht ganz so stark. Also der Mehrbauer fällt nicht so ins Gewicht. Schauen wir mal an, was ab hier passiert. Ich denke, das Logischste wäre jetzt hier König F2 gewesen. Mit der Idee, den König ins Zentrum zu überführen. Aber Vincent spielte Läufer B4. Provoziert C5. Ich bin mir nicht sicher, warum er das getan hat. C5. Läufer C3. König F7. Es ändert aber letztendlich nichts an der Bewertung der Stellung. Diese Stellung ist jetzt ausgeglichen. Und es wird nicht mehr viel passieren. A5. Springer D4. König E1. König E7. E3. Greift den Springer an. Der Springer geht zurück. Springer C6. Im Übrigen Springer F3. Schach bringt nichts. Wegen König F2. Springer schlägt H2. Und der Springer kommt auf Abwägen hier. Ups, Entschuldige. König G3. Und Springer F3 ist sogar ein Verlustzug. Wegen A6. Und der Bauer läuft plötzlich hier sehr weit durch. Läufer D5. Läufer schlägt F5. Und hier hängt hier der F5 plötzlich. H5. A7. H4. König G2. König hierhin. Und hier gewinnt ein wunderschöner Zug hier. Läufer H7. König C7. Läufer G8. Der Läufer wird abgelenkt. Läufer C6. F5. Und plötzlich läuft der F-Bauer durch. Verrückte Variante. Aber Buhl-Biere hat es geahnt und ging mit seinem Springer zurück. Springer C6. Läufer F1. König D7. Läufer A2. König C7. Hm. Schwarz möchte hier rüber nach A6 diesen Bauern attackieren zweimal. Wie kann sich hier Weiß retten? Seht ihr das? Versucht mal hier selbst herauszufinden, wie Weiß sich hier retten kann. Im ersten Moment dachte ich so, hm, was macht denn Weiß? Aber dann habe ich ein bisschen nachgedacht und habe dann gefunden, was hier Keimer vorhatte. Und zwar, der Läufer wird einfach ins Spiel gebracht. Entweder über D1 nach A4 oder über H5 nach E8. Also Läufer H5. König B7. Und jetzt Läufer E8. Greift den Springer an. Und Schwarz hat nicht die Zeit, um mit dem König nach A6 zu rennen. Springer B4. Läufer B5. Springer C2 Schach. König E2. Springer A3. Läufer E8. Springer B1. Läufer zurück. C3. König D1. Springer A3. Läufer C3. Springer C4. König E2. König A6. Weiß hat einen Weg gefunden, um den A-Bauern zu bekommen. Im Prinzip auch ein guter Tausch für ihn. Aber es gibt hier noch ein paar nette Ressourcen. Und letztendlich sieht man auch in so einem Endspiel, warum das Läuferpaar so stark ist gegenüber Läufer- und Springer-Kombinationen. H4. Springer A5. Läufer F6. Springer B7. Der Springer braucht halt super lange, um von einem Flügel zum nächsten zu kommen. Läufer E7. König B6. H5. Der Bauer wird plötzlich super gefährlich. Hier, passt mal auf. König C7. H6. Springer D6. Und hier Läufer G6. Kleine Falle. Was passiert auf H-G6? Seht ihr das? Läufer D6. Schach natürlich. König D6 und H7. Und der Bauer rennt durch plötzlich. Das ist übrigens ein Motiv, das ihr euch unbedingt merken müsst. Den eigenen Bauern sehr weit vorspielen. Und dann mit dem Läufer diesen Bauern attackieren, der vor dem weißen Bauern steht. Solche Endspiele habe ich schon häufig gespielt. Im Blitzen. Dieses Motiv ist sehr bekannt. Und gerade im Blitzen kann man häufig so eine Partie noch drehen. Oder gewinnen. Nach Läufer G6 muss ich schwarz verteidigen. Das tut er mit Springer F7. Greift den Bauern H6 an. Jetzt droht natürlich auch Schlagen auf G6. Oder? Ja. Läufer schlicht H7. Springer schlicht H6. Läufer F8. Läufer G8. Greift den Läufer an. War nicht nötig, aber reicht aus. Läufer G6. Läufer F7. Und Zugwiederholung. Und hier bot Biere Remis an, was Keimer annahm. Ja. Jetzt keine super spektakuläre Partie. Aber allein schon wegen des Titels wollte ich die Partie analysieren. Das erste Remis gegen Biere. Für Biere natürlich ein Erfolg gegen Keimer Remis zu spielen. Allerdings muss man sagen, aus der Stellung heraus, er stand zwischendurch wirklich richtig, richtig fett. Er stand klar besser laut Engine. Im Prinzip auf Gewinn. Also bei Keimer ist jetzt zweimal in der Eröffnung etwas falsch gelaufen. Er ist in der ersten Partie gegen Van Forust voll in die Vorbereitung gelaufen. Und jetzt hier in dieser Partie bin ich mir nicht sicher. Er wollte vielleicht zu viel auch. Und hat nicht die Balance gefunden hier in dieser Partie. Ja, ich werde natürlich das Turnier weiter verfolgen. Und Magnus Carlsen ist wieder im Einsatz. Das Finale der Meltwater Chess Tour steht auf dem Programm. Beginnt am Wochenende. Und ich werde natürlich, ich habe die Qual der Wahl. Carlsen, Keimer, ihr werdet sehen, was passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und checkt meine anderen Kanäle aus. The Big Rig Highlights und The Big Rig Shorts. Ciao, ciao.